Wir stehen hier vor dem Audi Max der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Diesen Ort kennt wahrscheinlich jeder Student, ob live und in Farbe oder nur übers Internet. Wir wollen euch heute aber ein paar Autos vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und jetzt lernen wir Skaten. Zwischen den Tennis und dem Beachvolleyball-Ferden an der Oldshausener Straße liegt der 1.200 Quadratmeter große Skatepark auf dem Gelände der CAU. Direkt beim Sportforum kann man sich seit 2015 hier täglich mit Freunden treffen und zusammen skaten. Wir treffen hier den Skater und Sportstudenten Flo, der mir ein paar Tricks zeigt. Erstmal wichtig, ein Sportgefühl zu kriegen. Wie stehe ich überhaupt auf dem Bord? Du siehst deine Schokoladenseite aus, links und rechts. Bei dir war es jetzt, glaube ich, rechts. Bei mir ist es links vorne. Ich stehe über den Achsen, also hier ungefähr über die Schrauben. Linkes Bein ist mein Standbein. Hier ist das ganze Gewicht drauf. Und mit dem rechten gebe ich mir Anschutz, also Pushen-Lentplatz. Stoße ich mich ab, mache das zwei-, dreimal, stelle mich dann aufs Bord und drehe meinen Vorderfuß. Noch ein bisschen so, dass ich dann schräg nach vorne gehe. Jetzt bin ich beim Biodulator fahren, die Richtung bestimmen kann und lenken kann. Also erstmal ist es cool, dass es direkt an der Uni ist. Also, weiß ich, wir haben da hinten Schwimmen jetzt immer freitags davor und dann gehe ich hier zwei Minuten her und wir können skaten. Es sind irgendwie gute Vibes, einfach irgendwie immer unterwegs, irgendwie in jedem Skatepark, egal wo man hingeht. Irgendwie coole Leute. Ja, Skaten ist eine geile Sache. Und bringt auch so viel koordinativ, würde ich sagen. Es ist halt echt ein schwieriges Sportart. Aber das macht es auch irgendwie so besonders, wenn man dann mal irgendwas schafft, dann fühlt sich das so geil an. Wir stehen hier vor der ZBW, der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften. Diese wurde 2014 sogar zur Bibliothek des Jahres gekürt. Was diesen Ort besonders macht? Ihr wunderschöner Ausblick. Bis zum nächsten Mal. Der alte Botanische Garten gehörte von 1884 bis 1978 als vierter Botanischer Garten zur Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Während die ersten drei botanischen Gärten überbaut wurden, erscheint dieser noch in seiner vollen Pracht. 1992 wurde der alte Botanische Garten als Natur- und Kulturdenkmal ausgezeichnet. Auf über 2,5 Hektar stehen knapp 280 verschiedene Arten an Pflanzen und jährlich kommen neue dazu. Vor allem im Frühling ist der alte Botanische Garten einen Besuch wert, da durch unterschiedliche Zwiebelarten der Garten in schönen Farben erblüht. Zum Schluss noch ein Fun-Fact für euch. An verschiedenen Stellen auf dem Campus sind Fahrradreparaturstationen verteilt, an denen ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit Platten, lockere Schrauben oder weitere kleine Schäden an eurem Rad schnell reparieren könnt. Einfach Fahrrad aufbocken und Reifen aufpumpen oder mit einem der vielen Werkzeuge die Bremsen wieder festziehen. Auch in Corona-Zeiten ist die Fahrradreparaturstation auf dem Campus bei Wind und Wetter einsatzbereit. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann schaut auf jeden Fall einmal in der Infobox vorbei. Dort findet ihr alle Informationen zu den Orten, die ihr braucht. Euch fallen noch andere Orte ein, die jeder kennen sollte? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Dann sage es, wir sind in den Kommentarenolfandırreparatur zarf. Dann schatze los. Dann sage ich, wirità Astaga. Dann unsere Zuschauer glory. Dann sage ich, dass Sie diese Punkte verknüpfelet werden müssen. Dann sage ich, wir müssen die Leute zurückkommen. Vielen Dank.